So, jetzt gucken wir das Video. Ich bin sehr gespannt. Von Robbubble, wie CDU und AfD den Hass nach Deutschland bringen. Ziemlich einfach irgendwie. Aber ich bin sehr gespannt auf das Video. Vor ein paar Monaten hat Influencerin Dylan Mulvaney auf Instagram ein 8... Okay, nochmal Content Note. Transfeindlichkeit, Waffen, Gewalt und sexualisierte Gewalt und Suizid. Haben wir auch schon angepinnt. Willst du nochmal alles anpinnen davon? Das wäre vielleicht ganz gut. Also jetzt auch für die Leute, die es auf YouTube sehen. Content Note. Da. Ganz wichtig. Und 40-sekündiges Reel gepostet, in dem sie Werbung dafür macht, dass die Biermarke Bud Light 15.000 Dollar verlost. Ganz normales Influencer-Market. War Bud Light nicht so schwierig? Was war da nochmal? Irgendwas klingelt bei Bud Light. Warum klingelt da was? Aber dann ist das passiert. An absolute Avalanche of Boycott Budweiser Tweets, including Kid Rock shooting cans with a machine gun. Okay, krass. Das habe ich nicht mitbekommen. Bud Light. Go, Mo. Go, Bro. Das ist auch ganz normal, ne? Wenn irgendwas Pride-Pride-mäßiges ist, dass man dann da mit Waffen und Waffengewalt drauf schießt. Aber Menschen, die für ihre Rechte kämpfen, wie Transmenschen, die sind militant und aggressiv. Was hat Bud Light gemacht, dass die da drauf schießen? Weil die, weil die Regenbogen drauf gemacht haben. Und die sagen, also die machen sowas, weil da Regenbogen drauf sind. Und sagen dann, Transmenschen sind zu emotional. Ein Werbespot mit den Mary-Trans-Influencerinnen. Achso, einfach dieser Werbespot. Und die sagen uns, wir sind zu emotional. Ne, auch überhaupt nicht aggressiv oder so. Es ist so offensiv, dass Bud Light mit diesem ****** Dylan Mulvey. Warum ist das so offensiv, dass eine Person Werbung macht? Oh mein Gott, was ist denn los mit Menschen? Das ist so krass, dieser Hass. Es ist so krass, wie tief dein Hass sitzen muss. Dass du so reagierst. Die Verhältnisse der Brand. Es ist nicht cool, Bud Light zu trinken. Konservativen werden immer noch schockiert. Und wir werden nicht Bud Light trinken. Ich kann dir das sagen. Ich meine, ich will nicht so schrecklich sein. Ich will nicht für Bankruptz sein. Aber in diesem Fall, ich denke, wir müssen auf das hoffen. Das sagen die. Okay. All das wegen einer Influencerin mit 1,8 Millionen Followern, die einen einzigen Werbepost für eine Biermarke gemacht hat. Das würde ich gerne einfach mal so sacken lassen. So, dass man das vielleicht mal versteht, dass da sehr viel Hass gegenüber queeren Menschen ist. Dass selbst ein Werbespot solchen Hass auslöst. Und man tatsächlich nicht laut und unangenehm sein muss, um Hass zu ernten. Also das liegt nicht daran, dass Menschen laut sind, für ihre Rechte kämpfen, sondern dass rechte Menschen uns tot sehen wollen. Also, weil ein Werbespot mit einer Transperson schon das auslöst bei einer Marke. Nur mal so, für die Menschen, die dachten so, ey, ja, aber das ist ja, also Transmenschen sind ja selbst schuld an ihrem Hass, weil sie sich dafür einsetzen und laut sind und nervig sind. Das ist nicht so. Davon abgesehen, unsere ganzen Rechte, also viele Menschenrechte wurden erkämpft von Leuten, die laut und nervig waren. Aber das, also, jeder Historiker würde da die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Aber naja. Das ist diese nicht existente Queerfeindlichkeit. Ja, es gibt einfach keine Queerfeindlichkeit, ja. Das gibt es einfach nicht. Das ist von der Größe ungefähr so, als ob Kelly Mrs. Vlog einen Reel mit einer Flasche Krombacher postet. Ist okay, ist ziemlich mild, muss ich sagen. Und Deutschland dann brennt. Ja, und Leute da mit Waffen draufschießen. Ich finde das so krass, ne? Sag ich, ich gehe da hin, wegen einem Werbespot und schieße diesen Kram kaputt. Der Unterschied, Dylan Mulvaney ist trans. Und manche Konservative hatten deswegen die schlimmsten Wochen ihres bisherigen Lebens. Und dann sagen die, queere Menschen wären emotional, zu emotional, das ist so wild. So ein Werbespot macht so denen die schlimmste Woche des Lebens, nachdem er eine Person ist. Es ist so wild. Er sagt dir das ernsthaft? Das sind die, das waren die, 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 die schlimmsten Wochen, die sie jemals im Leben durchmachen mussten. Weil eine Person Werbung, also sorry, wenn das, also wenn das dein schlimmstes Problem ist, hast du ja wirklich keine Probleme. Also das Problem hätte ich gern. Weißt du, Menschen, Menschen werden getötet, verprügelt und, und, und beleidigt die ganze Zeit, weil sie queer sind. Und die haben ihre schlimmste Woche, weil eine Person Bierwerbung macht. Badweiser-Fabriken haben Bomben-Drogen bekommen. What? What? Es ist so krass, weil man mit einer... Das habe ich nicht mitbekommen. Ich bekomme nur so viel Turf-Kram aus Großbritannien mit. Keine Ahnung, das überschattet irgendwie alles. Aber das habe ich nicht mitbekommen. Bombendrohungen. Weil eine Transperson Werbung gemacht hat. Ein Event musste abgesagt werden, weil die Sicherheit von Badweiser-Mitarbeitenden nicht garantiert werden konnte. Ziemlich viel Hass sichtbar gemacht in den USA. Ja gut, das wird ja auch gerade in Florida, ne. Passiert ja auch gerade viel, was das Rechtliche anbelangt. Wird es ja auch immer schlimmer. Und das macht eigentlich auch ziemlich, also den Hass sichtbar, wenn halt jemand bei denen... Ich weiß, der Clip, den zeige ich auch öfter und so, aber der Clip, wo dann auch jemand bei den Republikanern einen Vortrag hält und sagt, dass trans Menschen eradicated werden müssen. Also einfach ausgelöscht werden müssen aus der Öffentlichkeit. Und dann ganz viele Leute klatschen. So. Und niemand auf die Idee kommt und sagt, boah, nee, das war jetzt ein bisschen drüber. Ich finde, das zeigt auch schon sehr den Hass, der da vorliegt. Aber ja, das ist auch nochmal, das macht es nochmal deutlich. Ein Pärchen wurde angegriffen, weil sie mit Bud Light aus dem Supermarkt kam. Sogar das Weiße Haus musste sich äußern. Falls ihr jetzt geschockt seid, wir sind erst ganz am Anfang der Absurdität. Jemand hat eine 100% ultrarechte Biersorte rausgebracht. Wegen eines Instagram-Posts. Das ist doch die Parodie, aber es ist keine. Das sind echte Menschen, ne? Die existieren wirklich. Das sind einfach Menschen, die es gibt. Die leben in unserer Gesellschaft. Das ist halt unglaublich gefährlich. Das ist übrigens ein neuer Trend. Im März ist schon mal was Ähnliches passiert, weil die große Schokoladenmarke Hershey's, eine Transfrau, in eine Kampagne zum Internationalen Frauentag inkludiert hat. Ich weiß, das wirkt wie eine Parodie, ist es aber nicht. Rechte Influencer wie The Quartering haben in letzter Zeit keinen anderen Content mehr als Transpersonen. Das ist so krass, das ist bei so vielen, so auch im deutschen Raum, dass einfach so viele Leute auf Transpersonen, also Hetze auf Transpersonen einfach nur noch als Content haben. Ich meine, guckt ihr aber auch die Welt an oder die Bild an, die auch nur, also so viele Sachen rausbringen, nur um gegen Transmenschen zu hetzen. Es ist so krass. Oder Neos oder Demo für alle. Es gibt da genug Namen eigentlich, die einfach nur gegen Transmenschen hetzen. Das ist dann kompletter Content. Und damit ziehen die halt Aufrufe. Rechte Talkshow-Hosts wie Megyn Kelly haben ganze Playlists auf YouTube, bei denen sich 17 Videos nur um Dylan Mulvaney drehen. Warum? Weil es funktioniert. Ja, gibt Klicks. Leute hassen Transmenschen, deswegen klappt's. Wir wussten nicht mal, was das ist. Also tatsächlich, manche wussten das schon, ne? Aber ja, also gerade Transmenschen. Also, ja gut, aber, naja, tut das. Das ist Trump, verdammt, stimmt. Das ist, der Poll wird aufgelöst. Trump-Rede ist da. Vor 10 Minuten. Trump sagt es hier ganz transparent. Vor 5 Jahren wusste seine Zielgruppe noch nicht mal, was Trans bedeutet. Und jetzt kriegt er Standing Ovations, wenn er gegen Trans-Personen hetzt. Ja, schon, Sie wissen heute eigentlich auch nicht, was Trans ist. Sie verraffen es nämlich nicht, aber... Wie kann das sein? In den USA wird gerade die nächste Wahl vorbereitet. Und die Republikaner haben ein großes Thema für sich entdeckt, um das Land zu spalten. Einen Culture-War. Ja, das macht aber die AfD ja auch ähnlich. Aber das kommt wahrscheinlich gleich noch, ne? Gegen Trans-Personen. Und das wird, ehrlich gesagt, von den Politikern und Politikerinnen überhaupt nicht versteckt. Vor allem, es wird nicht versteckt. Und wenn ich dann über Transfeindlichkeit rede, hier im Stream, was ja des Öfteren vorkommt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber, ähm, wenn ich das dann mache, dann kommen Leute so, ja, aber wo gibt es denn da Transfeindlichkeit? Und ich denke mir so, guckt euch eine Rede von den ganzen PolitikerInnen an. Und hier, also, es ist so easy eigentlich, das zu finden. I'm Gracie. I'm a she, her. It's immoral. I'm Kelly Craft. And as Governor, I'll dismantle the Department of Education. Das ist ein echter Wahlwerbespot, mit dem Kelly Craft Gouverneurin von Kentucky werden will. Eine Frau, die Transkinder aus Schulen rausschmeißen will. Oh, komplett aus Schulen. Ach, super. Also nicht nur aus Schülsport, das gab's ja auch schon. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr entschulen. Und die hier behauptet, Schulen würden Kinder mit Pronomen indoktrinieren. Dass die Leute auch nicht checken, was Pronomen sind. Also, das ist ja nicht so, als gäbe das Pronomen schon basically immer so. Also, Pronomen sind tatsächlich kein neues Konzept, Leute. You couldn't cut it with the boys, so you pushed women off the podium. Real man still first place. Was? Oh Gott, da gibt's einen Song. Warum kenn ich den denn auch nicht? Oh mein Gott. Das ist der Wahlwerbespot von DeSantis. Und da gibt's einen transfeindlichen Song. Warum willst du den kennen? Weil es mich einfach wundert, dass ich den ganzen Krami gerade nicht kenne. Because without you, Sports would be fair. Boah, nicht fair, sport fair. Überhaupt nicht. Das ist auch so eine Lüge. Sport ist nie fair. Aber okay, gut. Ich glaube, da muss ich nicht irgendwo anfangen zu reden, oder? Also. Without you, women's sports would be for, well, women. Transfrauen sind Frauen, by the way. Was ist das auch für ein wildes Bild mit den Krokodilen? Ich, also, ich, ganz... Ich, ich... Und das ist ein Wahlwerbespot für Ron DeSantis, dem amtierenden Gouverneur von Florida, der statt Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will. Ein Spot, der den Verschwörungsmythos verbreitet, Transfrauen hätten nur eine Transition durchgemacht, um sich damit in Frauensport reinzuschmuggeln, und... Ja, hab ich auch gemacht, aber nicht geklappt, verdammt. Verdammt. Weißt du, ich hab extra die Transition durchgemacht, um... Ich dachte, ich werd jetzt reich im Frauensport. Aber nein. Aber nein. Verdammt. Das klappt. Das klappt nicht immer alles, ne? Manchmal muss man halt Träume auch da hinten anstellen. Machst einfach keinen Sport. Ja, dann hab ich einfach keinen Sport gemacht. Mann, ey. Verdammt. Aber ja, das ist ja auch so ein Quatsch. Man tut sich die ganze Diskriminierung und den ganzen Hass nicht an, weil man irgendwie eine Medaille gewinnen möchte. Davon abgesehen, zeig mir die ganzen, die ganzen Transfrauen, die irgendwie so krasse Medaillen abgeräumt haben. Ja, es gibt Transfrauen, die auch mal eine Medaille bekommen haben. Übrigens, die auch alle keinen Rekord gebrochen haben, aber die auch mal eine Medaille bekommen haben. Das dürfen die übrigens auch. Also Transfrauen dürfen auch gut im Sport sein. Das ist nicht verboten. Die dürfen auch Medaillen gewinnen. So. Die dürfen nicht nur im Frauensport mitmachen, wenn sie schlecht sind. Aber na gut. Um dann ganz viele Medaillen zu gewinnen. Aber es geht sogar noch deutlicher, wie sehr damit Politik gemacht wird, Transpersonen fertig zu machen. Ja, genau, Dragfeuerbot, das haben wir auch mitbekommen. Drag just produced some of the harshest, most draconian laws that literally threaten trans existence. Auch das ist ein echter, ernst gemeinter Spot, der von Ron des Das war ein, das war ein Werbespot. Uff. Stimmt, wie Nessi verprügelt mich oft mit Medaillen, wenn ich zu langsam cutte. Ja, zu Recht. Das ist einfach ein Wahlwerbespot und sowas funktioniert. Und dann sagen Leute, es gibt keine Transfeindlichkeit. Doch, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Transfeindlichkeit gibt es leider. Interessant, dass es sogar Sonst würden so Werbespots übrigens auch nicht funktionieren. Persönlich nochmal verteidigt wurde. Ein Spot, in dem zwischen Memes Überschriften reinfliegen, was er für grausame Gesetze gegen Transpersonen erlassen Ja, da habe ich auch ein paar verlinkt in meinem Video, ja. Und dass man ihn wählen soll, weil er der schlimmste Kandidat für Transpersonen ist. Ja, Imagine, so Werbung funktioniert. Wir leben in einer Welt, wo so Werbung funktioniert. Wie krass müssen die Leute radikalisiert sein, dass das ein Argument ist, um jemanden zum Präsidenten zu wählen. Tja, so radikalisiert, dass auf der größten Konferenz der Republikaner offen dafür geworben wird, Transidentitäten komplett auszulöschen. Ja, das ist der Clip, den ich meine. Den habe ich auch in meinem Video genutzt. Ah, der ist halt auch heavy. Genderism must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology at every level. So radikalisiert, dass Leute in Amerika teilweise Da kann man auch mal klatschen. Glauben, Kinder würden auf Befehl des Präsidenten trans gemacht. Ich werde doch auch dafür bezahlt, Menschen trans zu machen, oder nicht? Also es wird mir auch öfter vorgeworfen, also ich mache das ja auch. Ihr seid doch jetzt auch alle trans, oder? Ich sage doch. Und wenn nicht, das wird noch. Wie du sagst, es gibt ein high-level koordiniertes Effort, um mehr Kinder trans und gay zu machen. Also, da gibt es ja auch mehrere Dinger dran. Erstens, nein, warum sollte irgendjemand das wollen? I don't care. Es geht nicht darum, dass mehr Menschen irgendwie schwul und trans und irgendwas werden. Darum geht es nicht. Und zweitens ist auch der Punkt, man findet das ja nur schlimm, wenn man trans sein und homosexuell sein und so weiter schlimm findet. Weil warum wäre es sonst ein Problem, dass mehr Menschen trans und schwul und so weiter sind? Warum wäre das schlimm? Das ist eigentlich nicht schlimm. Das ist nur schlimm, wenn du es für etwas Schlechtes hältst. Und deswegen, das ist natürlich schwierig. Und auf der anderen Seite, ist ja auch, generell, es funktioniert so nicht. Mehr Menschen outen sich, mehr Menschen stehen zu sich selbst, aber es werden nicht mehr Leute. Habe ich trans gemacht? Gerade reingefordert und zack, plötzlich, und da frage ich mal ein Gender. Tja, das passiert so, da folgt man und zack, einfach trans. Ich werde auch vom Staat bezahlt, um hier zuzuschauen. So, sieht's aus. Vor allem, ist die schon trans. Da kann ich dann auch nichts für. Und jetzt heißt, ich mache trans für mich angesprochen. Ja, kannst du auch. so radikalisiert, dass teilweise von einem heiligen Krieg gesprochen wird. Und manche, das machen einfach Leute, ey, so trans Menschen existieren. Und manche trans Menschen machen Aufklärung. Hallo? Ähm, und dann wird von irgendeinem Krieg gesprochen. Das ist so wild. Also ja, ein Krieg geht vielleicht gegen trans Menschen für die Unterdrückung, so, dass die schon mit Waffen auf Dinge schießen. Oder auf trans Menschen schießen wahrscheinlich, aber... Es wurden ja auch hier in Deutschland schon trans Menschen getötet. Aber auf die wurde nicht geschossen. Macht es jetzt nicht viel besser, aber ja. Aber es wurde schon zum Beispiel auf das Schwulmuseum geschossen. Und es wird regelmäßig angegriffen. Aber ja. Und vielen, vielen lieben Dank, Lars, für die Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Mach mal trans, jetzt hat immer noch nicht funktioniert. Ich arbeite dran. Die christliche Fundamentalisten, die gesamte LGBTQ-Plus-Community umbringen wollen. Und so radikalisiert, dass eine Mutter, die gleichzeitig eine gewählte Abgeordnete im Bundesstaat Montana ist, offen im Kongress sagt, dass ihr Kind selbstmordgefährdet war. Aber für sie als Mutter eine Transition schlimmer wäre, als der Selbstmord ihres Kindes. Dann krieg keine Kinder. Wenn es für dich ein Problem ist, dass dein Kind trans ist, dass dein Kind schwul ist, dass dein Kind hängt da jegliche Dinge an, wenn das für dich schlimm ist, dann bekomm keine Kinder. Dann solltest du niemals Kinder haben. Weil sorry, wenn du das so siehst, dann liebst du auch dein Kind nicht. Dann liebst du nur die Vorstellung, die du von deinem Kind hast. Hört auf, so eklige Erwartungshaltungen irgendwie auch andere Kinder zu haben. Das ist einfach nur Kacke. Also wie gesagt, wenn du das irgendwie in irgendeiner Richtung so siehst, dann bekomm keine Kinder. Dann solltest du niemals Kinder haben. Und solche Eltern wundern sich dann, warum das Kind nicht mehr mit einem redet. Ja, Überraschung, ne? Die sollte ihr Kind sowas von abgenommen bekommen. Die sollte keine Kinder haben. So geht Kinderschutz. Ja, genau. Das ist, ne? Das ist auch wieder dieses Kinderschutz- Argument, ja. Die sollte die Kinder schützen, aber oh, nee, wenn das trans wäre, dann nicht. Dann soll sich das halt selbst umbringen. Ja, ist ja klar, nee, kann man natürlich so sagen, ne? Sollte man aber nicht. Also ich könnte jetzt vieles sagen und ich habe auf jeden Fall sehr viel Verachtung für solche Menschen übrig. Menschen müssen leiden. Unglaublich leiden. Kinder müssen leiden. Durch viele der Gesetze, die jetzt auch gerade in Florida zum Beispiel beschlossen wurden. Menschen werden in den Suizid getrieben und die sagten, naja, würde ich nicht helfen. Das ist Hass. Okay. Manche von euch denken jetzt vielleicht, das ist verdammt schrecklich, aber das ist halt mal wieder so ein Problem der USA. Denke ich leider nicht, aber wahrscheinlich auch, weil ich mich zu viel mit der Transfeindlichkeit auch in Deutschland auseinandersetze. ist so grauenvoll in Deutschland. Ja, es gibt Länder, da ist das viel, viel schlimmer, aber in Deutschland wird es ja auch immer schlimmer. Ich meine, die Gewalt steigt ja auch. Also, gerade speziell an Transmenschen steigt sie, aber auch generell an queeren Menschen. Aber er rät weiter, Rob. Ist es nicht. Konservative auf der ganzen Welt haben das Thema für sich entdeckt, weil es so gut funktioniert. Zum Beispiel in England. Sagt auch der stellvertretende Vorsitzende der Konservativen dort ganz offen, den nächsten Wahlkampf werden sie rund um das Thema Culture War und Transpersonen führen. Und natürlich kopiert man das auch in Deutschland. Jan Böhmermann hat Ende letzten Jahres ein ganzes Video dazu gemacht. Seitdem sind einige deutsche Influencer auf den Zug auf. Ja, zum Beispiel, das sehr gute Beispiele. Direkt zwei wirklich sehr transfeindliche Influencer reingesteckt. Den hatte ich ja auch schon das Vergnügen, ne? So mit den beiden. War schon. Kann man vielleicht nicht Vergnügen nennen. Aber ja. Deswegen, es funktioniert leider, ne? Es funktioniert. Aufgesprungen. Leon Machère. Das Schlimme, dass es auch immer weniger Menschen interessiert, ne? Also es ist auch ganz egal, was die ein transfeindlicher Kacke schreiben. Es gibt trotzdem Menschen, die sagen, das sind ja, also da muss man ja auch trennen und die Menschen kann man ja auch einladen und mit denen kann man ja durchaus noch diskutieren. Ich denke mir so, nein. Das sind einfach nur menschenfeindliche Menschen. Gibt dem keine Plattform. Hat nen neuen Song rausgebracht. Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit einem Transgender rumgemacht. Oh mein Gott, den kenne ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass es Leon Machère noch gibt. Der heißt einfach Ladyboy. Oh mein Gott. Das heißt übrigens nicht einen Transgender, sondern Transperson. Aber ich glaube nicht, dass das das größte Problem an diesem Song ist. Aber tatsächlich ist das auch nicht richtig besser. Und auch in Deutschland gibt es jetzt Menschen, die öffentlich diskutieren, wie man Transgenderismus ausrotten kann. Ja, oh, den Podcast habe ich auch gehört. Warum habe ich den eigentlich gehört? Bestimmt, weil irgendjemand geschrieben hat, der ist grauenfallend. Ja, den Podcast habe ich auch gehört, der war auch richtig übel und sehr transfeindlich. Aber darüber wird ja auch geredet. natürlich schwört auch die AfD auf die Methoden aussehen. Das ist halt auch so super krass, weil das auch eine Art von Propaganda ist, die sehr ähnlich von der Aufarbeitung und von den Worten ist, wie es damals schon in NS-Zeit war. Und es ist so krass, dass die das erstens dürfen, also dass es erlaubt ist, obwohl wir eigentlich gelernt haben müssen aus der ganzen Geschichte so, was aber leider zu weniger haben. Und zweitens ist es noch viel, viel schlimmer, dass das auch heute gut ankommt. Also einmal es ist erlaubt, aber noch viel, viel schlimmer ist, dass das gut ankommt, das funktioniert. In Bildsprache 1-1-Nazi-Propaganda, ja. ... USA. Wir sind schon Masochisten teilweise, ein bisschen, ja. Lass uns das echt immer antun. Und aus irgendeinem Grund haben inzwischen auch einige Republikaner. Zum Beispiel hier, eine CDU-Politikerin, die mit dem Verschwörungsmythos um die Ecke kommt. Das ist Marita Mahler, von der habe ich auch schon gehört, schon schlecht ist. Ich frage mich wirklich, wie so viele Frauen ruhig sein können, als würde sie das Selbstbestimmungsgesetz nicht betreffen. Tut's halt nicht. Es wird unter Strafe gestellt, dass sie ihren Mann unterstellen, ein Mann zu sein. Dass sie ein Mann, nein, einer Transfrau ein Mann zu sein. Darf in die Umkleidekabine eure Töchter? Das darf übrigens jede Person jetzt schon. Das ist erlaubt. Also tatsächlich nicht in die Einzelkabinen. Das darf man nicht, weil auch sexuelle Belästigung und generell Belästigung bleibt Belästigung. Das ändert sich ja nicht durch irgendein, also durch Selbstbestimmungsgesetz. Und auf einer öffentlichen Toilette, ja okay. Also das heißt, eine Person, die eine Kabine weiter auf Toilette geht, ist ein Problem. Finde ich halt auch weird, weil warum ist eine Person, ich weiß selten, wer neben mir in der Kabine sitzt, außer ich gucke rüber und wenn ich dann drunten durchgucke und rüber gucke und dann merke, oh, das ist eine Transperson, bin ich das Problem. nicht die Person, die da sitzt, sondern die Person, die da gerade drüber guckt und guckt, ob welche Genitalien die Person hat, die daneben hier sitzt. Das ist vielleicht eher das Problem. Aber gut. Kommt manche Trans... Und dann ist auch, es ist unser Schutzbereich, ist halt auch so, ist eine öffentliche Toilette ein safe place? Das kann man vielleicht auch ein bisschen drüber streiten. Frauen würden eigentlich nur behaupten, sie wären trans, damit sie leichten Zugang zu Umkleidekabinen mit kleinen Mädchen haben. Nochmal, jeder Mann kann einfach in eine Kabine reingehen. Du musst nicht zum Amt gehen und das ändern lassen. Das musst du nicht. Es geht einfach. Ha! Wo habe ich, wo habe ich das denn schon mal gehört? Ja, weiß auch nicht, woher das kommt. Da muss man auch echt drüber nachdenken. Komisch. Genauso komisch, wie der Leiter der politischen Kommunikation der CDU, der Anfang Mai gegen Drag Queens schießt. Oder hier, eine ehemalige CDU-Ministerin, ebenfalls Anfang Mai. Der Tagesspiegel schreibt im gleichen Monat, der Trend, Drag-Veranstaltungen zu verteufeln, ist von den USA nach Bayern geschlafen. Ja, da haben wir auch viel drüber geredet, über, ähm, dass da die Drag-Lesung verboten werden sollte und keine Ahnung, dass grundsätzlich sowas verboten werden soll. Und das hat immer schon krass daran erinnert, was gerade in den USA abläuft. Ha! Wie kommt das denn? Ach, wer ist denn das? Ach, Mist, die haben sich ja getroffen, ne? Das war auch so wild. Allein, boah, das... Ey, in diesem Video ist so viel zusammengefasst, was die letzte Zeit so passiert ist und es ist alles so schlimm, weil wir das irgendwie live verfolgt haben, außer die Sachen mit Bud Light, was da abging. Oh Gott, das habe ich null überverfolgt. Aber die Sachen, das war alles so... Ah, ich finde das gerade ganz, ganz schwierig zu ertragen. Der sich hier mit CSU-Politikern und Politikerinnen Anfang Mai zum strategischen Austausch trifft. Warte mal, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist ja auch ein wilder mit dem Helm. Warte, was war das? Ähm, aber hier geht ihr auf jeden Fall dem Dank für den Raid. Macht es euch gemütlich. Auf euch geht es gut. Ihr habt einen tollen Stream. Das ist ja auch ein wildes Ding. Was ist das denn? Das ist ja das wildeste von allem, aber was ist das denn? Wir sollten eigentlich... Ich habe den Titel nicht geändert, merke ich gerade, ne? Hoppala. Macht mich darauf keiner aufmerksam? Es ist aber ähnlich. Es ist transphäinlich jetzt. So oder so. Ich weiß auch nicht, warum das... Also, keine Ahnung. Ja, da trifft sich die CSU fröhlich mit Ron DeSantis, dem selbst erklärten krassesten Transfeind. Andi Scheuer sagt sogar extra noch, dass er dessen Analysen teilt. Ja, ne? Was soll man dazu sagen? Das Teil des DeSantis-Videos? Warum ist das Teil des DeSantis-Videos? Das ist eigentlich okay, dass ihnen unterstellt wird, dass sie sich als Frau verkleinert und Mädchen so belästigen. Das ist scheinbar okay, ja. Also, keine Ahnung, die machen ja mit. Aber das mit Scheuer, ja, das war krass. Was für Analysen? Keine Ahnung. Die Analyse, dass es eine gute Idee ist, Dragshows so hart zu bannen, dass selbst Musicals davon betroffen sind. Und ich weiß, Drag- und Transidentitäten sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber die werfen das halt immer zusammen, ne? Das ist ja normal. Leider. Boah, das ist so traurig, dass ich das als normal bezeichne. Oh mein Gott, ich merke das gerade selbst. Das ist so schlimm. Dass ich gerade einfach da sitze und mir denke, so, ja, das ist ja normal. Das wundert mich jetzt nicht. Sollte nicht so sein. Aber für die Rechten gehört das einfach alles zusammen. Das sieht man sogar im offiziellen F***-Butt-Light-Zock. Den habe ich nicht mitbekommen, bitte. F***-Butt-Light. 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 If you gay, just be gay in your bedroom. If you trans, just be trans in your bedroom. Das ist nur in deinem Schlafzimmer. Ja, aber Transmenschen sind nicht nur im Schlafzimmer trans. So wie homosexuelle Menschen auch nicht. Oder wie heterosexuelle Menschen und Cis-Menschen sind auch nicht nur im Schlafzimmer Cis. Man legt das nicht an der Haustür ab. Zweitens paar neue Problems. Hi, hi, Maxi. Schön, dass du da bist. Drag Queens raus aus dem Klassenzimmer. Also quasi sowas in der Art wie das, was der Leiter der politischen Kommunikation der CDU hier getweetet hat. Ja. Ja, wie... Aber die CDU ist ja nicht rechts. Also mir wird hier öfter erklärt, wenn ich über Rechte rede, und damit ist halt die CDU auch mit gemeint, dass dann halt, dass dann Leute kommen so, ja, aber die sind ja nicht rechts. Die sind nur konservativ. Nee, die sind tatsächlich rechts. Also die sind auch per Definition rechts. Das ist... Das ist auch... Also... Naja. Bei diesen Rapper gibt es dann eine sehr unangenehme Doku. Das kann ich mir vorstellen, dass die unangenehm ist. Warum legen sich Cis-Cit, das Cis-Cit-Sein nicht einfach in der Haustür ab? Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum sind denn alle in der Öffentlichkeit Cis und hetero? Wie kann man das machen, wenn man weiß, dass diese Art von Propagandakampagne rund um Drag-Events in den USA seit einiger Zeit zu sowas führt? Das sind offene Neonazis mit Hakenkreuzflagge vor einem Drag-Event. Ja, aber... Okay. Aber... Also da gebe ich jetzt mal eine Frage weiter, die mir auch häufig gestellt wird, welche Vornamen hatten denn die Leute mit der Hakenkreuzflagge? Ja. Auch immer ganz wichtig rauszufinden. Welche Vornamen haben die denn? Ich finde es so krass, also tatsächlich, das ist eine Sache, die wirklich öfter vorkommt, dass dann Transfeindlichkeit irgendwie für den eigenen Rassismus genutzt wird. Und ich denke mir jedes Mal so, halt die Klappe, die größte Gefahr kommt halt eben nicht von Menschen hierher flüchten oder keine Ahnung, sondern die schlimmste Gefahr geht von Nazis aus tatsächlich. Also... Die gleiche Gruppe im März bei einem anderen Event bewaffnet, wie sie Sieg Heil rufen. Die gleiche Gruppe im März sind... Das sind alles Einzelfälle. Dragshows in den USA sehen deswegen inzwischen oft so aus, als würden sie in einem aktiven Kriegsgebiet stattfinden. Das ist so krass, ne? Und auch wieder der Groomer-Vorwurf ist ja auch leider ein sehr oft genutztes Mittel. Super interesting, dass halt auch, es gibt ja auch einige, die sagen LGB without the T, ne? Das sind dann queere Menschen, die halt sagen, ja, aber trans nicht. Ähm, finde ich super spannend, dass die dann auch solche Sachen nutzen, obwohl das gegen homosexuelle Menschen zum Beispiel genauso genutzt wurde. Das sind exakt dieselben Argumente, die jetzt gegenüber trans Menschen genutzt werden, die halt auch zu homosexuellen Menschen sehr, sehr oft genutzt wurden und heute eigentlich auch teilweise noch werden. Und das ist total krass, dass denen das dann selbst nicht auffällt. Auch in Zürich musste schon ein Drag-Event unter Polizeischutz gestellt werden. Ein anderes Mal haben Neonazis die Veranstaltung gestürmt. Und in München gab es vor kurzem eine Demo gegen eine Drag-Lesung mit den gleichen Talking Points wie aus den USA. Kinder sollten ihre eigene Meinung entwickeln über ihre Erwachsenen werden und sollten nicht trainiert werden. Da sind wir uns einig, aber ich glaube, wir meinen das Ding anders. Weil tatsächlich Kinder in zwei Kategorien schon reingesteckt werden, in männlich und weiblich. Und dann kommen also Sachen wie Blau ist nur für Jungs, Rosa ist für Mädchen und so weiter. Und ja, da bin ich auch dagegen, dass das weiter so gemacht wird. How about zeigen, was für Vielfalt es gibt und die Kinder einfach Kinder sein lassen und sich selbst entdecken lassen. Die Leute wollen doch gar nicht, dass Kinder selbst nachdenken, ja. Ja, und leider gerade dieses Narrativ von wegen, ja, aber die sollen ja selbst entscheiden, man soll denen sowas nicht aufdrücken, ist eine Sache, die leider auch große Influenzen von sich geben, wo ich mir jedes Mal denke, ja, richtig, aber das ist ja eben der Punkt, dass es auch queere Kinder gibt und die sich bitte auch entwickeln können, wie sie wollen und Menschen halt nicht sowas aufgerückt bekommen. Deswegen, nein, kann man nicht sagen, okay, lass die Kinder mit Queerness in Ruhe. Nein, es gibt queere Kinder und es gibt Diskriminierung. Und lass bitte die Kinder sich selbst so erleben, wie sie sind und nicht davon ausgehen, dass sie immer cis und hetero sind. Das wäre vielleicht ganz gut und sie genauso zu erziehen, wäre vielleicht auch einfach mal gut, wenn wir das aufhören würden. Quasi von diesen Drag-Leuten. Man indoktriniert die schon im kleinsten Alter. Wenn jemand sagt, ja, du bist männlich, du bist weiblich. Ja, selbst entscheidend, wie sie das gesamte Spektrum sehen. Ja, richtig, deswegen Aufklärung. Geht nicht. Und irgendwann mit Sex sollen sie dann eine Geschlechtsumwandlung machen. Nein. Erstens heißt es Geschlechtsangleichung. Zweitens, nein, niemand sagt, dein Kind soll eine Geschlechtsangleichung machen mit Sex, weil übrigens die Operationen meistens erst mit 18 anfangen und auch alles unter ärztlicher Aufsicht ist. Und zweitens gibt es ja auch noch sowas wie Pubertätsblocker beispielsweise. Pubertätsblocker werden aber nicht mit Sex gegeben, weil da sind die Kinder noch nicht in der Pubertät. Die werden tatsächlich erst gegeben, wenn Pubertät ist. Und Hormone können dann gegebenenfalls nachgegeben werden oder halt nicht. Alles unter ärztlicher Aufsicht. Keiner sagt, du sollst jetzt mit Sex eine Angleichung vornehmen. Es gibt übrigens dann noch zusätzlich, kann man natürlich auch Namens- und Personenstandsänderungen machen. Das ist übrigens auch gar kein Problem, weil das könnte man theoretisch auch wieder rückgängig machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ein Kind sich ausprobiert und sagt, ich möchte aber jetzt so heißen und so genannt werden, ist das nicht schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn das Kind dann irgendwann sagt, ja okay, das passt so, dann kann man das auch so beibehalten. Wenn das Kind dann irgendwann sagt, nee, ist nicht mehr so, dann kann man das auch wieder rückgängig machen. Das ist alles kein Stress, ne? Oder wie viele sagen würden, Pubertätsblocker 25, ja? Wo war das nochmal letztens? Das hört man ja öfter, aber das war auch letztens wieder so ein, die anderen Pubertätsblocker erst, wenn die erwachsen sind. Ich denke mir so, das ist nicht, wie Pubertätsblocker funktionieren. Welche Pubertät möchtest du blocken, wenn die schon erwachsen sind? So, es ist dann ein bisschen zu spät dafür. Aber das sind dann so Leute, die haben sich natürlich ganz viel damit auseinandergesetzt. Das war so wild. Das stimmt, wie Jörg Glöckner war, das stimmt. Oh mein Gott, ja. Das ist auch so wild. Ja, das war das auch, aber das, was daraus kommt, da muss man eh nicht drauf werden. Oder was? Und während der Pride Month in den USA schon Massenschlägereien auslöst, fängt die Stimmungsmache in Deutschland mit dem Stolzmonat an. Und auch Julian Reichels neue Plattform scheint die Strategie vom transfeindlichen Film What is a Woman in Deutschland mit einer Doku nahm. Dann gibt es halt auch große CreatorInnen auch in Deutschland, die das auch teilen, diese Doku. Trans ist Trend kopieren zu wollen. Und auch in Deutschland ist schon von einem Kulturkampf die Rede. In Deutschland tobt ein Kulturkampf. Es geht um Wokeness, um Queerness, um Gender. Das Video war aber auch ganz gut, das haben wir auch gesehen. Um Trans, vor allem die Konservativen in diesem Land sind besessen von diesen Themen. Transpersonen sind also auf der ganzen Welt gerade Opfer verschiedener gezielter politischer Kampagnen. Und die Talking Points dieser Kampagnen sind immer die gleichen. Also gucken wir uns mal an, warum diese Propaganda Leute emotional so auffühlt, dass es zu Gewalt und Bombendrohungen kommt. Aber bevor wir das machen, machen wir einmal kurz Werbung. Ich habe an diesem Video Monate gearbeitet und das Thema ist jetzt nicht unbedingt eins, um das Firmen sich reißen. Deswegen danke an BookBeat, dass sie meine Arbeit hier unterstützen und danke an euch. Ja, das ist leider richtig, dass sich Firmen um dieses Thema nicht reißen. Das fühle ich. Ich glaube, das fühle ich sehr. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo alle Firmen direkt Bock drauf haben. Ich fühle einen Schmerz, deswegen, wir lassen die Werbung natürlich laufen. Wenn ihr BookBeat mal auscheckt, BookBeat ist das Netflix der Hörbücher. Es gibt über 800.000 Stück, die ihr streamen oder zum Offlinehören runterladen könnt und das auf unzähligen Geräten, zum Beispiel auch auf der Apple Watch oder CarPlay oder Android Auto. Man kann einen Schlaftreimer einstellen, man kann Lieblingsstellen markieren, man kann die Lesegeschwindigkeit anpassen. Das ist cool. Das klingt wirklich cool. Vielleicht sollte ich mir das auch mal holen. Und bis zu vier Familienmitglieder einfach so hinzufügen. Und es gibt eine riesige Auswahl von die drei Fragezeichen über Dame Charme zu Fiction-Klassikern wie Lord of the Rings und BookBeat hat auch so gut wie jedes Influencer-Buch und eine ganze Section die QIA plus Büchern zum Beispiel Page Boy von Elliot Page oder Eine Frau ist... Oh, habe ich auch nicht gelesen. Ich habe das so oft schon im Laden gesehen und dann habe ich es noch nicht geholt. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Oh, das würde ich mir auch gerne durchlesen. Vielleicht würde ich mir BookBeat wirklich, weil Hörbücher sind immer so viel leichter als selbst zu lesen. Eine Frau ist eine Frau von Phoenix Kühnert. Schaut einfach mal rein. BookBeat.de slash RobBubble holt euch 60 Tage gratis zum Test. Ihr könnt es jederzeit kündigen. Und danke für euren Support. Okay, also was macht... Coole Sache. Die Leute so wütend. I'd like to bring up one of the biggest pedophiles in America today. His name is Dylan Mulvaney. Dinosauri are cool, right? There's a big rainbow behind the dinosaur. We're not gonna stop there. Oh mein Gott, dass die sich jetzt über Regenbögenaufkleidung aufregen. Aber das machen die ja immer. Auch bei den ganzen Pride Month Sachen, wenn da irgendwo Regenbögen drauf sind. Die Leute regen sich so auf. Einfach, dass da Regenbögen drauf sind. Das reicht aus, um Leute wütend zu machen. Ein Regenbogen auf einer Verpackung. Da merkt man doch, wie tief der Hass sitzt. Ja, und das ist halt immer wieder der Pädophilie-Verwoffene, den queere Menschen sehr oft abbekommen. Das hilft halt einfach, als Stimmungmache, in der man sagt so, ja, guck mal, wir wollen ja nur die Kinder beschützen und die wollen ja an unsere Kinder. Dabei wollen die das gar nicht. Ob sie auch sauer werden, wenn sie einen echten Regenbogen sehen. Das kann gut sein. Ob die da vielleicht auch draufschießen oder so, man weiß es nicht. Ich trau denen alles zu. Nein, nein. Niemand macht es. Übrigens, doch, es gibt Menschen, die das machen. Zwei Leute, die zum Beispiel sagen, ja, du bist nicht richtig trans, wenn du das und das nicht machst. Das kommen übrigens selten auch von Transmenschen selbst. Sondern von Konservativen. Die sagen ja, okay, du bist ja keine richtige Frau, weil du hast zum Beispiel einen Penis. Deswegen kannst du ja gar keine Frau sein. Und dann fühlen sich halt Menschen gezwungen, Operationen zu machen, die sie zum Beispiel gar nicht wollen. Dabei ist es eigentlich so, macht genau das, womit ihr euch wohlfühlt. Das ist wichtig. Es ist scheißegal. Also, ob ihr eine Frau seid mit Penis oder keine Ahnung. Das ist komplett Wumpe. Macht das, womit ihr euch wohlfühlt. Und ihr seid auch nicht mehr richtig, wenn ihr gewisse OPs habt oder gewisse medizinische Maßnahmen gemacht habt. Ihr seid dann nicht mehr mehr richtig oder mehr valide oder so. Oh ja. Wir kommen seltener von Transmenschen, aber manchmal auch schon. Es gibt leider auch Transmenschen, die das verinnerlicht haben, ja. Kinder. Der Grund sind Kinder. Die Lüge, Transpersonen wären pädophil, würden kleinen Jungen ihre Penisse abschneiden oder Kinder irgendwie mit Hilfe von Regenbögen dazu manipulieren, trans zu werden. Wenn du das glaubst, dann sind natürlich alle Transpersonen und alle, die sie akzeptieren, abgrundtief böse. Denn... Ja, aber es ist halt ein Bild, was aufgebaut wurde, ne? Obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist. Aber es ist so ein Ding, was immer wieder funktioniert. Also, was auch immer wieder für Panikmache und Hetze genutzt wird, dieses Argument, ne? Der Pädophilie. Wie gesagt, das wird immer und immer wieder durchgekaut, um halt die als Böse darzustellen. Und es funktioniert leider, weil natürlich ist jeder für den Schutz von Kindern. Es ist super easy, das zu machen. Leider. Ich denke die ganze Zeit immer noch, ich bin nicht valide, weil ich keine GAL-OP haben möchte. Und das ist halt absolut nicht der Fall so. Also, du bist valide, wenn du dich wohlfühlst, wie du bist. Also, du bist auch valide, wenn du dich nicht so wohlfühlst in dem Moment so. Aber... Du musst nicht irgendwie den Drang haben, irgendwas zu ändern an dir, um irgendwie valide zu sein als die Person, die du bist. Und das ist mir auch immer irgendwie ganz, ganz wichtig, dass ich das vermittle, dass es darum geht, dass ihr glücklich mit euch seid. Das ist das Ziel. Und nicht in irgendein Bild zu passen oder so. Das sollte nicht das Ziel sein. Und ich weiß, das ist hart privilegiert zu sagen, weil natürlich, wenn man ins Bild passt, bekommt man weniger Hass oder bekommt man weniger körperliche Gewalt, weil man in der Öffentlichkeit nicht so auffällt. Und das ist absolut korrekt. Und ich weiß auch, dass ich da sehr, sehr glücklich in Situationen bin und in sehr privilegierten Situationen bin. Aber ich möchte einfach nicht, dass ihr Dinge macht, mit denen ihr dann danach nicht glücklich seid, nur weil irgendwelche anderen Menschen euch sagen, ihr müsst das machen. Und ich hoffe, wir können hier so ein Place schaffen, wo zumindest jeder akzeptiert wird, ohne sowas machen zu müssen. Wer ist denn schon dagegen, Kinder zu schützen? Also, lasst uns mal die Punkte durchgehen und gemeinsam verstehen, warum das absoluter Quatsch ist. Danke. Talking Point 1, die Kinder werden trans gemacht. Schon 1900... Auch so wild, ne? Weil, also ich bin auch nicht cis geworden, obwohl mein komplettes Umfeld und meine Eltern cis sind. Das ist nicht so, wie es funktioniert. 1977 gab es eine Kampagne namens Save Our Children. Nur ging es damals nicht um Transpersonen, es ging um Homosexuelle. Homosexualität kann sich biologisch nicht fortpflanzen. Ja, es gibt übrigens auch cis Menschen, die sich nicht fortpflanzen können. Das ist manchmal so. Aber auch eine Spezies, wenn wir jetzt wirklich auf Evolutionsbiologie und Fortpflanzung gehen wollen, ist es tatsächlich so, dass eine Art auch immer Menschen braucht oder Individuen braucht, die sich nicht fortpflanzen, um halt den Erhalt der Art zu sichern, die halt einfach zum Schutz zum Beispiel da sind oder Besorgung von verschiedenen Sachen. Also, es ist wichtig, dass sich Individuen innerhalb einer Art nicht fortpflanzen. Deswegen ist das Fortpflanzungsargument per se schon nicht sonderlich gut. Aber, ja. Es gibt ein... Das ist auch so... wirklich... You paused too early ist es nicht... Nee, es war nur noch schlimmer. Ganz tolles Video von ContraPoints, The Witch Trials of J.K. Rowling, das ich euch sehr empfehle. Das ist wirklich gut. Da gibt es nicht mehr auf dieses Thema ein. Aber kurzum, dasselbe Argument wird seit 50 Jahren aufgewärmt. Auch wenn es bei Transpersonen nicht um die sexuelle Orientierung geht, also... Gut erfolgreich rekrutiert, sehr gut. ...auf wem man steht, sondern um die Geschlechtsidentität, also der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht oder nicht. In beiden Fällen hat dieses Argument ein grundlegendes Problem. Kann man überhaupt homosexuell gemacht werden? Nein. Kann man trans gemacht werden? Nein. Oder ist man es vielleicht einfach? Ja. Ein Argument, was da gerne vorgebracht wird, ist, dass die Anzahl an Transpersonen in letzter Zeit gestiegen ist. Und das kann eine ganz simple Erklärung haben, wie Last Week Tonight sehr gut zusammengefasst hat. Ja, das ist auch so ein Argument, was ich ja auch gerne nehme mit den Linkshändern, weil auf einmal sind sie gestiegen, nachdem man nicht mehr versucht hat, sie umzuziehen, mit der rechten Hand zu schreiben. Überraschung auch, ne? Americans over the 20th century. You see a massive spike, when we stopped forcing kids to write with their right hand and then a plateau. That doesn't mean everyone became left-handed or that there was a rapid onset Southpaw dysphoria. It means people were free to be who they fucking were. Um das nochmal einzuordnen, wir reden von rund 0,5% der erwachsenen Bevölkerung in den Das kommt super drauf an, wenn du, also... Also erstens super drauf an, welcher... Schätzungen du folgst, das bewegt sich auch von 0,5% bis, glaube ich, 3%, das ist ziemlich unterschiedlich. Das kommt da auch ein bisschen wieder drauf an, auf Generationen, weil warum? Einmal wegen Aufklärung fehlen da zum Beispiel, zweitens halt natürlich auch, weil Menschen auch deswegen getötet wurden oder auch Selbstmord begangen haben und das natürlich in einer... in der älteren Bevölkerung leider häufiger so, weil das halt damals noch nicht so offen war wie jetzt und das natürlich hat, das mehrere Gründe, warum das in der älteren Generation nicht so riesig ist wie in der jüngeren. Dennoch gibt es natürlich auch Coming-outs in jeder Generation. Es gibt viele auch ältere, zum Beispiel Siehe Giordine Kellermann, die sich halt auch im hohen Alter outen, weil es halt jetzt inzwischen eher geht. Jetzt gerade wird es wieder schlimmer, aber grundsätzlich halt besser ist als vor einigen Jahren noch. Ich hatte mal im Studium eine Frage an meine Dozentin gestellt, die sie nicht beantworten konnte. Deswegen frage ich hier mal Fragen, ob jemand weiß, ob es früher, als es noch nicht die beziehungsvollen Bedingungen für eine Geschlechtsanpassung gab. Es ist keine Selbstverstümmelung. Allein das Wort ist schon ziemlich eklig, weil man damit sagt ja, dass man verstümmelt sich als Transperson, dass es nicht der Fall ist. Es geht um Geschlechtsangleichungen und man gleicht ja den Körper an sich selbst an, verstümmelt ihn nicht. Meine GR-OP war auch keine Verstümmelung. Und es gibt auch keine medizinischen Bedingungen für eine Geschlechtsangleichung. Also du gehst schon von einem Szenario aus, was überhaupt nicht wahr ist. Und deswegen würde ich tatsächlich dich bitten, dich erstmal damit auseinanderzusetzen, bevor du hier Fragen stellst, die man von Anfang an aufrollen muss, weil es geht hier gerade um ein anderes Thema. Auch in Deutschland sind es insgesamt weniger als ein Prozent. Die Wahrnehmung ist einfach völlig verzerrt, weil von Recht so viel darüber geredet wird. Selbst Matt Walsh, der Mann, der eine ganze transfeindliche Doku zu dem Thema gedreht hat, hat anscheinend überhaupt keine Ahnung. Und by the way, der hat Ahnung, der hetzt nur. Also es ist nicht so, dass die irgendwie dumm sind oder keine Ahnung, was? Die sind sehr gefährlich, weil sie halt eben wissen, wie sie Stimmung machen. 4.780 Jugendliche in fünf Jahren, nicht Millionen. Das ist fast dasselbe, oder? Millionen, 4.780, ja, also, ist alles dasselbe. Übrigens, zur Geschichte von Transpersonen kommt übrigens auch noch ein Video. Nur so zur Info, das ist halt auch ein sehr, sehr großes Themengebiet. Also, lässt sich nicht in eine Minute Antwort abfrühstücken. Vielleicht müssen wir aber trotzdem noch mal klären, dass Transidentität wirklich existiert. Vielleicht weiß der auch einfach nicht, was Millionen ist. Denn auch Friedrich Merz formuliert das ein bisschen komisch. Wie viele Geschlechter gibt es? Das ist auch so eine Quatschfrage, weil das Geschlecht ein Spektrum ist. Also genau zu sagen, wie viele Geschlechter es gibt, ist einfach nicht genau möglich. weil jeder Mensch auch anders sein Geschlecht erlebt. Das kommt dann auch noch dazu. Also ich denke mal, es gibt, mein Hot Take ist immer, es gibt so viele Geschlechtsidentitäten, wichtig zu sagen, Geschlechtsidentitäten, wie es Menschen gibt. Heißt nicht, dass es so viele Geschlechter gibt, wie es Menschen gibt, sondern einfach, dass jeder auch das eigene Geschlecht anders wahrnimmt. Also du hast, eine Cis-Frau erlebt ja das eigene Geschlecht auch anders als eine andere Cis-Frau. Und deswegen, super schwierig, das zu beantworten, kann man nicht beantworten. Das zweigeschlechtliche Modell ist ja auch kein Ding, was es schon ewig gab und auch nicht in jeder Kultur gab. Es ist eher so ein europäisches Ding und halt auch christliches Ding und Weltbild, was sie natürlich gut verbreitet haben. Und dieses zweigeschlechtliche System ist ja keine Sache, die natürlich irgendwie gewachsen ist, sondern eine Einteilung, die wir Menschen vorgenommen haben. Also hier kann man keine eindeutige Antwort drauf geben. Also es gibt vor allem zwei. Talking Point 2. Trans gibt es gar nicht. Gibt Zeit. Es ist vielleicht schwer zu verstehen, dass jemand sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlt, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Korrupt. Das ist so angenehm, wenn jemand Dinge richtig also richtig formuliert. Ich lieb's. Danke Rob dafür. Das ist eine Cis-Frau, eine Person, die nicht trans, also eine Frau, die nicht trans ist, ist Cis. Ja. Gerade, weil es für viele, wie Donald Trump ja sagt, noch ein ziemlich neues Konzept ist. Ich hätte gedacht, fünf Jahre vor, du wirst nicht wissen, was das war. Aber es ist auch kein, eigentlich ist es gar kein neues Konzept. Das sind halt so viele Dinge in der Vergangenheit und auch Menschen in der Vergangenheit, die belegen, dass das kein neues Konzept ist. Also absolut nicht. Man muss es ehrlich gesagt nicht verstehen, um Menschen einfach zu akzeptieren. Danke. Aber Geschlecht ist komplexer, als wir das vielleicht in der Schule gelernt haben. Ausrufezeichen Biologie. Guckt gerne das Video über Biologie. Da habe ich sogar mit einem Wissenschaftler darüber geredet. Über die Biologie dahinter. Schaut euch das gerne an, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Da gehen wir mehr in die Tiefe. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität. Auch das ist nicht ganz richtig. Auch da gibt es einen eigenen Punkt in dem Video. Da ist es der erste Kritikpunkt an dem Video, Rob. Aber da geht Dr. Voss ein bisschen mehr auf. Weil die Trennung dazwischen ist nicht so einfach und die kann man auch nicht so einfach machen. Zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität, weil eigentlich hat das einen Zusammenhang. Wer sich dazu mehr informieren will, wenn du übrigens Ariane Atari, wenn du möchtest, dass er komplett ausredet, dann guckt das Video einfach allein und du musst hier die Reaction darauf nicht gucken. Also du kannst das Video einfach selbst gucken. Das ist tatsächlich ziemlich einfach. Es gibt ein ganz tolles Video von MyLab dazu. Eben nicht ganz. So gut. Da habe ich ein, zwei Kritikpunkte an dem Video. Um dieses Video jetzt sehr stark runterzubrechen, im Sinne der Fortpflanzung gibt es genau zwei Geschlechter. Im Sinne der... Ach, das ist nicht ganz richtig. Ah, verdammt. Guckt einfach das Video, bitte. Da gehen wir auf all das ein. ... der Geschlechtsausprägung wird es aber dann schon direkt sehr viel komplexer. Und Geschlechtsidentität ist nochmal was ganz anderes. Und Identität... Ach, das ist nicht so ganz richtig. Das ist auch nicht ganz richtig. Man kann es nicht einfach so trennen. Wie gesagt, der Punkt wird auch im Video besprochen. Ich bin sehr ausführlich, warum das der Fall ist. Ist subjektiv. Niemand kann dir sagen, wie du dich identifizierst. Dafür machen dann aber sehr, sehr viele hier bei mir. Also, ja, das ist richtig. Niemand kann dir das sagen, so nur du selbst weißt das und kein anderer kann ich das irgendwie danach bewerten oder so. Aber das machen sehr, sehr viele. Welches ist das Interview oder was ist eine Frau? Also, was ist eine Frau kann man sehr gut gucken. Da ist das in Kürzer. Wenn man noch mehr dazu haben will, dann kann man das ganze Interview gucken. Aber ich glaube, also für das reicht auch, was ist eine Frau. Da gibt es einen eigenen Unterpunkt sogar für. Ich subjektiviere dich als Frau. Schau, ich habe es getan. Recht. Und vielen, vielen Dank, XP, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Danke dir. Es gibt aber zusätzlich auch noch eine wissenschaftliche Hypothese dazu, dass die Ursache für Transidentität ist, wenn die Geschlechtsorgane nicht zu den Geschlechtsmerkmalen des Gehirns passen. Das ist korrekt. Auch dazu gibt es ein ganzes Video von Meile. Da gibt es aber eine bessere Version schon von, weil das ist nicht mehr ganz up to date. Gut, das steht auch vor vier Jahren. Aber bei dem Quarks-Video darüber ist nochmal die aktuellere Forschung drin, auch von MyLab. Auch die hat sich da berichtigt, weil das Video ist nicht ganz aktuell. Nur so zur Info bei Quarks, das ist das Video, wisst ihr noch, welches Video das war? Da geht es auch über Interpersonen, aber ganz am Ende gibt es halt nochmal einen Teil genau dazu. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall gibt es da nochmal eine aktuellere Forschungsstand dazu. Nur so als Info. Ein Argument, was man auch oft hört, ist, dass Transidentität eine psychische Krankheit wäre. Und das wurde tatsächlich lange Zeit so diagnostiziert. Leider. Das ist ja auch ähnlich gewesen wie Homosexualität. Das ist ja auch so ein Ding gewesen. So wie Homosexualität übrigens auch. Inzwischen ist es aber nicht mehr der Fall. Transidentität ist keine Krankheit. Das Einzige, was vermutlich nicht hilfreich ist für dein psychisches Wohlbefinden, ist Diskriminierung, wenn dein Körper Ach so, ja gut. Aber Diskriminierung ist tatsächlich das größte Problem. Also, ja. nicht zu deiner Identität passt und dir dabei nicht geglaubt wird, du ständig angefeindet und ausgegrenzt wirst und Leute wegen deiner puren Existenz auf Bierdosen schießen. Das ist so wild. Das ist so wild. Rob, das ist so wild. Was für eine Welt leben wir? Und dann wundern sich Leute, dass ich keinen Bock drauf habe, nach draußen zu gehen. Warum wohl nicht? Gar keinen Bock zu sterben. Mit Artillerie! Oh mein Gott. Okay, also Transidentität existiert und man kann nicht einfach trans gemacht werden. Aber was ist denn jetzt mit den Kindern? Talking Point 3, die Kinder sind doch alle viel zu jung. Studien zeigen, dass Kinder tatsächlich relativ früh spüren, dass sie trans sind und dass es eine sehr positive Auswirkung auf ihre mentale Gesundheit hat, wenn sie darin ernst genommen werden. Überraschung. Kindern geht's besser, wenn sie ernst genommen werden. Das ist auch wirklich krass. Dieses Argument bezieht sich aber meistens auf das Thema Pubertätsblocker, Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operationen. Ich mag es auch erst mit 18 gemacht werden. Mir geht nicht. Erstmal geschlechtsangleichende Operationen gab es 2021 nur 2598 Stück in Deutschland und nicht jede Transperson will sich überhaupt einer solchen Operation unterziehen. Die Menge der unter 20-Jährigen betrug dabei nur 7,3% und unter 15 gab es quasi nicht. So was ist also völliger Quatsch. Und irgendwann mit Sex soll es dann Geschlechtsumwandlung. Das sind auch Menschen, die sich einfach nicht damit befasst haben so ernsthaft und einfach nur die rechte Hetze glauben und weiterverbreiten. Was bei Jugendlichen eingesetzt werden kann, sind sogenannte Pubertätsblocker. Die helfen dabei, dass man nicht in die Pubertät kommt. In dem Video von MyLab wird sehr gut beschrieben, warum das wichtig ist. Wenn wir eingreifen, brauchen wir eine fachlich hervorragende entwickelte Begründung im Einzelfall, dass wir uns sicher genug sind, hier handelt es sich um eine Transidentität. Wenn wir entscheiden, wir warten ab und nehmen dabei billigend in Kauf, dass sich der Körper zunehmend verweiblicht oder vermännlicht, sodass vielleicht jemand ein Leben lang daran leidet und das ist irreversibel. Das sieht man jemanden dann ein Leben lang auch an und die Menschen leiden beträchtlich darunter. Das würde ich jetzt nicht so direkt unterschreiben, dass man direkt mal jemanden das Leben lang ansieht. Da gibt es einige Gegenbeweise, aber wir psychische Gesundheitsrisiken in Kauf, über die wir genauso aufklären müssen. By the way kommt noch dazu, es ist grundsätzlich nicht schlimm, wenn man einer Transperson angeblich ansieht, dass sie trans sind, weil es vollkommen valide trans zu sein und das ist auch absolut nichts Negatives. Auch wenn die Gesellschaft einem das vormachen möchte. Also man macht es einer Person damit schwerer, das ist richtig. Die Grundaussage ist korrekt, aber trotzdem wollte ich die ein paar Sachen nicht so stehen lassen. Diese Pubertätsblocker sind potenziell umkehrbar. Heißt, wenn man aufhört, sie zu nehmen, sollte die Pubertät eigentlich dann halt einfach verspätet einsetzen, falls man sich umentschieden haben sollte. Das passiert aber selten. Meistens geht es dann irgendwann einfach in eine Hormontherapie über, weil sie sich eben nicht umentscheiden. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Talking Point 4. Es gibt aber trans Personen, die ihre Transition be... Ich finde das richtig gut aufgearbeitet. Rob, dafür vielen, vielen Dank. Ich bin froh, dass da auch mal jemand mit einer größeren Plattform ein gutes Video zu macht. Jetzt schon mal zwischendurch ganz, ganz viel Liebe. Also ganz, ganz viel Liebe. Und auch ihr Chat lasst ihm mal wirklich auch viel Liebe da und viel Likes da. Vielleicht auch mal positive Kommentare ein paar, damit das vielleicht noch mehr Leuten ausgespielt wird. Das ist glaube ich für uns alle eine gute Sache. Also gib dem ganzen View, gib dem ganzen Like, gib dem ganzen Kommentar und dann läuft das. Bereuen! Ja, die gibt es. Laut einer Studie sind es weniger als ein halbes Prozent. Laut einer anderen sind es zwei Prozent. Heißt mindestens 98 Prozent haben danach ein glücklicheres Leben. Ja, aber das sind Transmenschen, die sind nicht wichtig. Wichtig sind Cis-Menschen, die glücklich sind. Und auch wenn das null, null vergleichbar ist, nur so als Funfact, zwei Prozent aller Menschen bereuen es auch, ihre Augen gelasert bekommen zu haben. Ja, verbieten Augenlasern, weil Kinder. Und es gibt einen langwierigen Prozess, den Transpersonen bisher unterlaufen müssen, bevor sie sich für irgendwelche Maßnahmen entscheiden dürfen. Das ist kein Fall von ich geh heut mal dahin und lass mich spontan operieren. Okay, aber es ist auch nicht so einfach immer, dass die Krankenkasse das zum Beispiel zahlt. Zum Beispiel in meinem Fall, meine Krankenkasse hat das nicht gezahlt. Meine Operation, die muss sie selbst zahlen und die ist nicht günstig. Absolut nicht günstig. Was, wenn Männer sich einer Transition unterziehen, um kleine Mädchen zu begrabschen? Talking Point fünf, irgendwas mit Pädophilie und Toiletten? Danke, ist auch gut gesagt, irgendwas mit Pädophilie und Toiletten, ja. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass manche Rechte da einfach ihre eigenen Gefühle projizieren, wenn sie denken, dass einfach nur einen Regenbogen zu sehen, Kinder an Sex denken lässt. Das sind doch so Menschen, die denken, es geht bei queeren Menschen nur um Sex, ne? Dann asexuelle Menschen be like, I know, I'm existing. Ich meine, wie stellt er sich das vor? Oh, guck mal, kleiner Kevin, ein Regenbogen. Aber genau so passiert das doch, oder nicht? Dann kommt auch dieses eine Meme, was irgendwie cool ist, mit so einem Kaninchen und Menschen, die sich da so voll vor Angst haben und bei dem Kaninchen steht so Dinge, die nicht existieren und bei denen, die sie Angst haben. Konservative, ich finde das ein sehr, sehr gutes Meme. Der Typ fährt einen Random Dude im Laden an und fragt solche Sachen, ich weiß auch nicht. auch mag sein unangenehm. Tatsächlich kommen Übergriffe auf Kinder meistens eher woanders her. In the past week there have been 17 arrests or convictions of adults accused of having sex with children. Of those 17, 14 were pastors or youth pastors at Christian churches. Snowbird Patrol, vielen Dank für 22 Monate, danke dir. Verdammt, heißt das jetzt? Drag queens sind doch nicht so schlimm. Sondern vielleicht auch eher Institutionen mit viel Macht, vielleicht ist da auch so, so Machtspielchen sind ja auch oft so das Ding, warum Menschen das tun, so eklige Dinge und ja. Das interessieren sich Leute für meinen Geschmack zu wenig für Fakten so ein bisschen, so ganz, ganz bisschen. und Liliana, vielen lieben Dank für das Kompliment, danke dir. Das ist eine Anwältin, die jede Woche zusammenfasst, was für Menschen in den USA wegen Vergewaltigungen von Kindern verhaftet wurden. Und, naja, bevor ich auf diesen Punkt jetzt eingehe, mit den Toiletten und den Umkleidekabinen, der unter anderem hier von der CDU-Politikerin genannt wurde, gibt es wirklich Menschen, die glauben, dass da draußen Männer rumlaufen, die die ganze Zeit kleine Mädchen belästigen wollen. Aber das Einzige, was sie bisher davon abhält, ist, dass es bisher illegal war für sie auf eine Frauentoilette zu gehen. Erstens, das ist ja auch gar nicht so, ne? Es ist ja auch nicht illegal. Also in Deutschland können die das einfach. Das ist nicht illegal. Und dazu kommt, ja, richtig, ja, natürlich, die gibt es voll. Die denken sich die ganze Zeit, ach, verdammt, ich würde ja so gern, aber ich kann ja nicht, weil ich habe meine Personenstandsänderung nicht gemacht. Das ist ein ganz klassisches Problem. Bin ich in der Community als Non-Banin gut aufgehoben? Ich hoffe sehr. Ich versuche, ich versuche immer, immer, safe space für alle kranischen Menschen zu sein. Also auch für alle Menschen, die nicht gewesen sind. Aber, also, wenn irgendwas stört, dann sagt das Bescheid. Ich versuche immer, dazu zu lernen. Ist das die eine Grenze, die übergriffige Männer nicht überschreiten? Also, kurz gesagt, ja, also, ich bin, also, ich will mich auch für nicht-binäre Menschen einsetzen. Also, ich hoffe nur, dass ich das auch richtig mache. Aber wir haben auch einige nicht-binäre Menschen in der Community. Das Thema Toiletten ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, denn es gibt ein ganz großes Problem. Don't get to... Lado, be pleased. Mach nicht so... Say anything when this face walks into a woman's restroom. Why does a man with facial hair and rainbow glasses want to get in a female's bathroom? Das ist auch dieses, warum man mit Bartfuss und Rehmbogenbrille unbedingt eine Frauentoilette... Wo, wo ist das, wo das passiert ist? Das ist ein Trans-Mann, der eine Transition durchgemacht hat und deswegen aussieht wie ein Mann. Und in manchen Bundesstaaten in den USA müsste er trotzdem auf eine Frauentoilette gehen. Das ist richtig, ja. In Florida kann man dafür zum Beispiel sogar verhaftet werden. Darüber redet er in seinem TikTok. Weil er aber so aussieht wie ein Mann, weil einer ist, haben ihm dann Leute Gewalt angedroht, falls er in eine Frauentoilette gehen sollte. Ja. Das ist super gut, ne? Er darf einfach nicht auf Toilette gehen. Scheinbar. Er darf in der Öffentlichkeit einfach nicht auf Toilette gehen. Das ist einfach alles verboten. Weil sie ihn korrekt als Mann identifizieren, aber denken, er wäre ein Cis-Mann, der so tut, als wäre er eine Trans-Frau, um sich auf eine Frauentoilette reinzuschmuggeln, um da dann kleine Mädchen zu begrapschen. Und das wäre nicht das erste Mal, dass ein Trans-Mann verprügelt wird, weil Leute denken, er wäre ein Cis-Mann, der auf eine Frauentoilette geht. Oder, dass lesbische Frauen mit einem weniger weiblichen Look dafür belästigt werden. Das kommt auch noch dazu. Und das, was Turfs wollen, ne? Also, nun mal so, das ist auch krass feministisch. Nicht so ganz. Deswegen ist es wichtig, dass Trans-Männer auf Männertoiletten gehen dürfen und Trans-Frauen auf Frauentoiletten. Aber, falls ihr es noch belegt haben wollt, dass das kein Problem ist, es gibt US-Bundesstaaten, in denen es trans... Nicht-binäre Personen dürften übrigens auch nicht auf Toilette, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Also, generell, man darf einfach nicht mehr auf Toilette. Was halt auch richtig kacke ist. Also, generell sollten wir vielleicht mal über Unisex-Toiletten reden, so, die wieder einzuführen. Das wäre vielleicht ganz cool. Zum Beispiel, was ich ganz cool fand, war zum Beispiel auf dem Drachenfest. Das ist halt so eine große Lab-Veranstaltung, wo ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war. Aber da war das so, dass es auch Duschen extra gab. Auch, also, die war entkält geöffnet für nicht-binäre Menschen, aber auch für Transmenschen und sowas, die sich halt dann nicht wohlfühlen. Zum Beispiel in der, in der Frauendusche oder in der Männerdusche. Und das war ziemlich cool gemacht. Also, das mochte ich sehr, sehr gerne. Und Weifan Crow, vielen lieben Dank für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich will jetzt nicht overstepmen, ich hoffe, ich scheiße jetzt nicht rein. Ich hoffe auch. Aber ich finde, dein höchste Auftreten und dein Make-up super, super. Vielen lieben Dank. Aber ich, ich muss sagen, ich mag auch keinen, ich mag mich nicht. Also, ich mag, ich mag, wenn man geschminkt ist, aber ich mag diesen Vorgang des Schminkens einfach nicht. Ich bin zu faul dafür. Aber ich finde krass, wenn sich Leute so mega cool schminken können. Ich liebe das. Und ich wünsche, ich könnte das auch. Aber, ne. Und Pokerbrat übrigens, du kannst dein Rassismus dir woanders hinstecken, ne? Also, for real. Wenn es dir darum geht. Und du weißt, dass die meiste queerfeindliche Gewalt von Nazis und von Rechten ausgeht, ne? Nicht von Menschen, die geflüchtet sind oder so. Kann man in diesem Video übrigens auch sehr gut sehen. Die ganzen Leute mit ihren Hakenkreuzflaggen, ne? Das sind keine Menschen, die irgendwie gerade, gerade hergeflüchtet sind, actually. Das sind Menschen, die Nazis sind. Das ist das größte Problem. Also, rechtes Gedankengut ist das größte Problem. Übrigens, rechtes Gedankengut gibt es in allen Ländern. Wer nach dem Video jetzt noch AfD und CDU relativiert fliegt, ja? Und wer generell Queerfeindlichkeit nutzen möchte, um seinen Rassismus zu verbreiten, die können sich auch verpissen gehen, alle. Achso, ja. Ich habe auch einen eigenen Discord. Also, ja. Leute, könnt ihr... Also, ihr seid schon echt... Danke, Lüra. Meine Mods sind... Ich lieb meine Mods, aber das war ja wirklich nichts. Ja, ich habe auch einen eigenen Discord. ...person erlaubt es, auf die jeweilige Toilette zu gehen. Moment, ich habe einmal einen komischen Blick bekommen in eine Ticke Maxxum-Kleider bei Early Transition habe ich echt ein Problem gehabt mit einer Barttoilette. Da hat mich ein Typ meint, springt festgehalten mit, wo denkst du, dass du hingehst? In Lucky Me. Meine Freundinnen haben mich dann eingesammelt und mitgenommen. Das ist gut, dass das dann noch so positiv ausgegangen ist. Aber es ist halt auch eine Gefahr, ne? Eine reelle Gefahr. Die Kompetenz steht doch für Toleranz. Bitte Google Demokratie und den Begriff davon. Teilweise seit 2001. Und siehe da, es gibt... ...die Politik, wie in ihm denkt. ...keine Probleme. Ich glaube, insgesamt kann man diese ganze Debatte mit diesem Fotogut abschließen. Und übrigens, man sollte natürlich auch intolerant gegenüber Intoleranz sein, ne? Weil Intoleranz Menschen schadet und auch an der Demokratie schadet. Also zum Beispiel Faschismus, die halt intolerant sind gegen jegliche Menschengruppen, die halt nicht cis, weiß, hetero sind. Die sind natürlich Demokratiegefährten, ne? Sodass halt Menschen, die marginalisiert sind, zum Beispiel nicht mehr richtig wählen können, gar nicht mehr wählen dürfen und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir natürlich gegen den Faschismus sein und gegen menschenfeindliche Ansichten, damit eine Demokratie überhaupt noch funktioniert, ne? Also wer sagt, ich bin... Also man sollte Faschismus tolerieren, der ist antidemokratisch. Nur so als Info, falls ihr euch das gefragt habt. Wir wollen nicht eure Cis-Kinder trans machen. Wir wollen, dass eure Trans-Kinder sicher sind. Wenn man einmal akzeptiert hat, dass es Trans-Identitäten gibt, dass der ganze Hass nur politische Stimmungsmache gegen eine Minderheit ist, gegen die man leicht Stimmung machen kann, weil das Konzept für viele neu ist. Ja, und es leider nicht so viele sind, dass man sich halt gut wehren kann, ne? Es hilft immer, wenn Menschen halt weniger sind und wenig Anerkennung haben, dann kann man gut auf den rumtreten und sich halt für Stimmungsmache nutzen, ne? Das Video ist sehr, sehr gut. Ich mag das sehr gerne. Wenn man nur ein knitzekleines bisschen... Und, äh, doch, das ist tatsächlich, also, wo Kommentare synchron zu bannen und zu löschen. Ja, so funktioniert das hier. Wenn man ein bisschen Empathie hat, dann kann man vielleicht verstehen, wie krass das sein muss. Und, Rob, war ein wundervoll. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für das Video, wirklich. Sich nicht mit dem eigenen Körper zu identifizieren und von großen Teilen der Gesellschaft... Sind Menschen auch intolerant, die nichts von allem mitbekommen wollen, generell aber kein Problem haben mit Menschen, sich aber gestört fühlen, wie alles gerade passiert und kommen mit Klimaklebern? Ähm, also, erstens, hat Klimakleber nichts damit zu tun. Also, Klimakleber, allein schon das Wort ein bisschen weird, aber hat nichts damit zu tun mit Transmenschen tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wo du gerade hinmöchtest mit deiner Diskussion, aber hier ist die, glaube ich, nicht gut aufgehoben. Und ja, Menschen, die sich aber gestört daran fühlen, dass Menschen für ihre Rechte einstehen, ne, wenn wir jetzt von, von Demonstrationen, ähm, also Demonstrationen sprechen, zum Beispiel von, von CSDs und so weiter. Menschen, die sagen, sie stören sich daran, natürlich ist das ein Problem, ne. Also, Menschen, die sagen, ja, aber die, die Queeren, die wollen da jetzt mehr Rechte, das nervt mich so, es tut mir leid, Horst Günther, dass der Kampf für meine Rechte dich nervt. So, sorry, dass, wenn ich verprügelt werde, getötet werde, bespuckt werde, beleidigt werde und dafür auf die Straße gehe, dass dich das nervt. Das tut mir unglaublich leid. Also, da denke ich mal, auch immer so, Leute, ist vielleicht jetzt nicht euer Moment. Und übrigens, also auch hier, also ich unterstütze die letzte Generation. Ich finde das gut, was die machen. ...wirtschaft dafür, nicht akzeptiert zu werden. Im Gegenteil, dass riesige Hasswellen losgetreten werden, nur wegen deiner puren Existenz. Wie krass das sein muss, wenn man als Transperson in die USA blickt, wo im ersten Halbjahr alleine 561 neue Gesetze vorgeschlagen wurden, um die Rechte von trans... Das ist so krass. Und Leute sagen, es gibt keine Trans-Weindlichkeit. Und danke, Mange, für das verschenktes Ab-on-Rub. ...personen einzuschränken. Wie krass das sein muss, wenn darunter Gesetze sind, die den Zugang zu der Hilfe verbieten, die Leben retten. Dann versteht man vielleicht, warum mehr als 50% von trans- und non-binary-Jugendlichen in den USA im letzten Jahr über Selbstbrot nachgedacht haben. Also ja, wir müssen die Kinder schützen. Aber nicht vor Pubertätsblockern oder Dragqueens, sondern vor dem unglaublichen Hass und der Propaganda, die auch in Deutschland schon angekommen ist. Ja. Oder nochmal. Emotional zum Ende. Ey, vielen, vielen lieben Dank für das Video. Unglaublich gut. Danke auch für das Aufarbeiten von einigen der Punkte. Ähm. Also hier gerade das, ne, Kinder werden trans gemacht. Das ist ja ein Punkt, was man immer wieder hört, wo ich, weiß ich nicht, wie oft ich dagegen schon angeredet habe, äh, dass es trans nicht gibt. Kinder auch viel zu jung sind, ist auch ein Punkt, der ja ständig kommt, auch beim Selbstbestimmungsgesetz ja wieder, obwohl mich da nochmal speziell, ähm, speziell krass findet, dass halt das auch gesagt wird beim Selbstbestimmungsgesetz, ne. Viele nehmen das ja dann zusammen, dass das Selbstbestimmungsgesetz jetzt auch automatisch heißt, dass man, äh, medizinische Maßnahmen ergreift, was ja einfach nicht der Punkt ist, Also das Selbstbestimmungsgesetz ist nur für Personenstand und Namensänderung, das macht beim Medizinischen gar nichts, ähm, aus. Und auch da wird gesagt, die sind zu jung, um das zu entscheiden, was natürlich total Quatsch ist, weil was ist das Schlimme daran, wenn man Namen und Personenstand ändert? Das ist hier sehr, sehr reversibel. Man kann das wieder rückgängig machen, das ist absolut gar kein Problem. Und wenn sich das Kind in dem Moment einfach wohl damit fühlt, ist das doch absolut fein und gar kein Problem. Also dieses Kinder sind viel zu jung, nein, Kinder sind nie zu jung, um sich auszuleben und sie selbst zu sein. Das ist ja eigentlich auch immer, äh, ja. Ja, und Transpersonen, die ihre Transition bereuen, wird ja auch oft genutzt. Also die Transition, das kommt ja auch noch dazu, hier wurde ja auch gesagt, dass, ähm, ich glaube 0,5 Prozent, äh, die Transition bereuen, aber auch da kommt ja noch dazu, ich glaube, das wurde nicht genannt, ähm, das, oder zwei Prozent, bis zwei Prozent, die die meisten, die die Transition machen, beziehungsweise im Transition bereuen, das nicht tun, weil sie nicht trans sind, sondern aufgrund, ähm, von Diskriminierung, die sie erfahren oder medizinischen, äh, Problemen. Das heißt auch hier, die, die das bereuen, die davon nicht trans sind, sind auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, ist vielleicht auch nochmal interessant dazu zu sagen. Ja, aber ansonsten, sehr, sehr gutes Video. Leute, ich hab's eben schon mal gesagt, aber lasst Like da, lasst ein View da, lasst einen lieben Kommentar da, ähm, und lasst auch mal ein Abo da. Wie gesagt, das ist grundsätzlich, schau ich, schau ich da immer gerne rein. Ähm, Oh Gott, was war die Frage? Am Plan, ein Video zum, zum SBGG. Ich bin ja so gespannt, wie das irgendwann weitergeht, ne? Ob das irgendwann mal weitergeht. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einer wundervollen Person, die auch im Bundestag arbeitet, ähm, über das Selbstbestimmungsgesetz und über, wie das da gerade aussieht und es sieht nicht, also, zu dem Zeitpunkt sah es jetzt nicht so aus, als würde es da großartig weitergehen. Obwohl die theoretisch das SBGG jetzt auch in der Sommerpause, weil tatsächlich manche Ausschüsse machen gar keine Sommerpause, aber, ähm, das, was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, dass die theoretisch das jetzt durchbringen könnten, auch in der Sommerpause, aber ziemlich sicher nicht tun. Also, das wird, das wird noch lange dauern und das ist halt unglaublich schmerzhaft und unglaublich schrecklich, weil Menschen so lange leiden müssen, die halt keine Personstand- und Namensänderung machen und halt Diskriminierung erfahren, solange, das ist halt ziemlich schwierig, um das mal ganz nett auszudrücken. Um nicht zu sagen, mehr als schwierig. Aber ja. Wenn es kommt, nur in der schlechten Form und das dann wieder die Frage, kommt es in der Form, wo, ähm, wo die transfeindlichen Sachen noch drin sind oder kommt es nicht so? Wenn es so kommt, ist dann wieder die Frage, ist das wie beim TSG, dass jetzt Sachen wieder eingeklagt werden, die dann verändert werden? Das sind halt alles Sachen, wo man halt drüber reden muss und ob man das nochmal verbessern kann. Wäre halt auch eine Überlegung, da halt wieder mitzumachen, ne? Hab TSG-Lebenslauf jetzt und traue mich nicht, den abzuschicken. Verstehe ich gut. Ähm, ist wie gesagt nicht einfach. Ich habe das ja auch durchgemacht. Das ist unglaublich, das ist ja auch sehr teuer. Aber zu dem, dass es sehr teuer ist, ist es auch nicht unbedingt toll. Vielleicht hast du Glück, hast du, ähm, hast du GutachterInnen speziell angefragt? Oder quasi den einfach gesagt, die sollen machen? Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied. TSG ist das transsexuellen Gesetz, transsexuellen Gesetz, was derzeit quasi Personenstand und Namensänderung für Transmenschen regelt. Und das PSTG 45b, das ist das, was das derzeit für Interpersonen macht. Das wird aber dann quasi zusammengeworfen in Selbstbestimmungsgesetz. Für die, die vorher über das PSTG 45b gegangen sind, für die ist es tatsächlich nochmal deutlich schlechter. Also das SBGG ist für die Menschen, also für Intermenschen, schlechter als, als, als vorher. Für Transmenschen vielleicht besser. Manche Sachen sind schlechter, manche Sachen sind besser. Aber all in all ist es jetzt nicht gut. Und wir wissen ja auch, aus welcher Richtung das nicht gut ist, ne? Danke FDP. Danke Buschmann. Äh, das ist gut, dass ich auch Kritik hatte zu dem Thema biologischem Geschlecht. Achso, wenn da irgendwas dich auch interessiert, Rob, ne? Also, ich stehe jederzeit offen für irgendwelche Sachen. Ähm, wenn es um das Thema geht. Wie gesagt, ich habe auch ein Video mit einem Wissenschaftler dazu gemacht, auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten, äh, frag auch gerne, ne? Also, gerade wenn es um sowas geht und Aufklärung geht, immer, immer einfach fragen. Das ist ein Video-Kanal. das ist ein Video-Kanal. Das ist ein Video-Kanal.